Der wirkliche Unterschied zwischen USA und Maoismus macht der massenhafte hedonistische Konsum im Kapitalismus aus, den die Popart in ihrer Kunst ins Zentrum der Reflexion stellt. Materielles Wohlbefinden qualifiziert den Westen. Ein sogenannter höherer Lebensstandard soll ihn über den Osten stellen. In diesem Sinne schreibt dann auch der Soziologe David Harvey in seinem Buch Der neue Imperialismus aus dem Jahre 2003, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg, in jedem Land den Impuls zum Massenkonsum fördern, um die kommunistische Gefahr abzuwehren. Also massenhafter Konsum ist das Argument, nicht Demokratie.